Hallo, schön, dass ihr hier seid. Ich möchte euch was zu Webdesign gestern, heute, morgen erzählen. Das ist der Vortragstitel. Im Groben soll es einen kleinen Rückblick darüber über die letzten 30 Jahre geben. Im Webdesign, was ist da so passiert. Ist aber nur ganz kurz, weil die Vergangenheit ist halt irgendwie, da kann man was von lernen, aber da braucht man uns jetzt auch nicht tiefer mit beschäftigen. Und dann möchte ich vor allen Dingen viel über das Feld Webdesigner 2019 sprechen, in dem Dilemma, in dem wir, wie ich finde, uns da bewegen. Und ein bisschen darüber sprechen, wohin meiner Meinung nach die Reise führen kann. Ich habe dann ein bisschen meine Kristallkugel geschaut und gehofft, dass ich was finden kann und euch ein paar Inspirationen mitgeben kann. Ich selber kann man jetzt nicht gut lesen, aber heiße Lukas, bin 24, komme aus Köln, spiele gern Fußball und bin hauptberuflich Frontend-Developer und Designer oder sowas in der Richtung. Beschäftige mich auf jeden Fall den ganzen Tag damit und genau, arbeite seit 2014 mit meinem liebenswerten Bruder zusammen und das macht Spaß. Deswegen fangen wir mal an mit einer kleinen Zeitreise. Ich möchte euch mitnehmen ins Jahr 1990, haben wir hier den kleinen süßen Welpen-Internet mit seinem Herrchen Tim Berners-Lied. Der kann jetzt noch nicht so super viel, aber immerhin etwas. Kann schon mal Inhalte darstellen. Für die Zeit war das schon super, also die Innovation war schon cool. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, ich habe das mal aus Spaß einfach durchs Lighthouse durchgezogen, dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Performance ist super, Accessibility holt da auch nicht groß rum, da sagt er jetzt 88% und das Einzige, warum man meckert, sieht man hier unten, dass es kein Language Tag im Head gibt. Also prinzipiell halten wir fest, die Seite ist schon relativ, ist schon solide, kann man mitarbeiten. Dann springen wir mal sechs Jahre weiter, aus einem kleinen Welpen, ist jetzt schon ein bisschen größer geworden, hat die Farbe geändert, hat eine coole Jacke an, weil es gibt jetzt CSS und JavaScript. Wir können jetzt den ganzen Scheiß machen und unsere Inhalte stylen, wie wir das wollen. Daher kommt noch diese hippe gelbe Jacke, das hat man damals so gemacht. Damals hat man auch so coole Sachen gemacht, wie Text Decoration Blink. CSS hat uns damals wirklich Macht gegeben, wir konnten Sachen machen, also ich selber zum Glück nicht mehr, aber es war vor meiner Zeit. Aber ich stelle es mir, also diese blinkenden Seiten, die kenne ich noch, das war ganz schön cool, weil man dann irgendwie noch Flash dazu denkt oder so, hell yeah. Das war geil. So, alles, es war einfach, es war wild, aber es war irgendwie witzig. Außerdem konnten wir, wie Alex schon gesagt hat, so witzige Tabellenlayouts machen. Ich selber bin verdammt froh, dass ich den Kram nicht mehr mitmachen musste und angefangen habe, als wir Floats und so ein Kram hatten, das war schon ein bisschen angenehmer. Aber das war damals State of the Art, da hat man damals Websites gebaut und das ist auch absolut in Ordnung. Aber insgesamt kann man sagen, sechs Jahre später konnten wir schon mehr machen als 1990, wo wir eigentlich nur Text darstellen konnten. Und was damals vor allen Dingen gemacht wurde, und ich glaube, da ist eine Riesenqualität drin, damit wurde halt, weil alles neu ist, voll viel experimentiert. Und vor allen Dingen konnte man damals die ganzen Neuheiten noch relativ einfach überblicken, einfach weil die Spannweite, mit der wir uns irgendwie an technischen Innovationen und so weiter beschäftigen mussten, nicht so groß war. Deswegen, ich denke, Experimente sind eine gute Idee, da kann man immer eine Qualität von mitnehmen oder irgendwelche Eigenschaften mitnehmen, die einem dann bei den tatsächlichen Seiten, Applikationen, was auch immer wir im Moment so bauen, anwenden kann. Dann haben wir das Jahr 2010, war der nächste große Schritt. 2007 kam irgend so ein Apple zwischendurch mal ein iPhone auf den Markt gebracht und 2010 kam das erstmal der Begriff Responsive Web Design auf, der so unser Arbeiten mit dem Internet einfach mal komplett umgedreht hat. Bis heute, wenn man sagt, man geht in Mobile First Ansatz und designt primär für Smartphones bzw. andere mobile Endgeräte, die das selbe Format haben, weil darüber einfach mehr Nutzer kommen, so ist es zumindest heutzutage. Und auf einmal müssen wir uns Gedanken machen, nicht nur, wie sieht unsere Seite bei uns zu Hause auf dem Monitor aus, sondern wie sieht sie aus, wenn ich damit gerade in der Bahn sitze und irgendwie noch kurz die Nachrichten lesen möchte. Und das Ganze ohne so eine fiese extra Mobilseite a la m.facebook.com oder sowas, sondern ganz nativ, schön mit Media-Queries gelöst oder sowas. Das war halt der nächste große Schritt. Dann geht weiter, wir bekommen HTML5 und können auf einmal solche wunderschönen Diff-Konstrukte, die wir liebend gern gebaut haben mit IDs zur Benennung des Ganzen, können wir in strukturierten, semantisch sinnvollen Code umbauen, indem wir sagen, wir haben halt Text, die das Ganze auszeichnen und irgendwie einen semantischen Sinn reingeben. Ist auch schon ganz cool, das heißt, wir machen weiter Fortschritte zwischen die CSS3-Spezifikationen größtenteils implementiert oder an vielen Stellen, CSS4 ist in der Mache. Wir haben Grid, Flexbox, CSS Mask, wir haben Imagefilter, wir können mit CSS eigentlich schon so ziemlich alles bauen, was wir rein stilistisch brauchen, Funktionalität natürlich nicht, da brauchst du ein bisschen mehr. Aber wir können schon echt, wir haben super viele Freiheiten, können super geilen Scheiß bauen, wenn wir da Bock drauf haben, außer die Seite soll auch im IE oder im Safari vernünftig aussehen, das ist eine andere Geschichte. Aber prinzipiell, in modernen Browsern geht das schon mal ganz gut. Außerdem haben wir einen Haufen JavaScript-Frameworks, die uns irgendwie Power ohne Ende geben. Wir haben SVG, keine Ahnung, PWAs, wir haben CMSs, dieses wunderbare Joomla zum Beispiel, und aus dem kleinen Doggo, dem kleinen Welpen ist super Internet geworden. Wir haben jetzt quasi, ja, wir haben so viele Möglichkeiten und können so ziemlich alles machen. Da sind wir also jetzt 2019, eine kleine Welpe, super Internet, wir können machen, was wir wollen, wir haben alle Freiheiten. Und bevor ich jetzt auf das Dilemma 2019 eingehe, möchte ich ein paar Learnings aus der Vergangenheit mitgeben, die sich, ja, mir so erschlossen haben. Als erstes, dass das Web an sich performant und barrierefrei ist. Und dieser, also aktuell, also Barrierefreiheit nimmt ja immer mehr Fahrt auf, sage ich mal, da ist immer mehr in den Köpfen von Designern, Entwicklern und so weiter drin. Und das ist auch irgendwie gut so. Und ich glaube, das wird auch vor allem mehr werden, dass wieder viel mehr Wert auf Performance und Barrierefreiheit gesetzt wird. Und die EU tut da ihr Übriges dazu, wenn sie sagt, wir haben da eine gesetzliche Richtlinie zu, dass das Ganze auch in nationales Gesetz überführt werden soll. Das Zweite, was ganz wichtig ist, das ist jetzt nicht auf Design bezogen, aber Inhalt und Styling gehören getrennt. Und ich finde, das sollte man tun. Also wir haben nicht umsonst CSS und HTML, wir brauchen keine Inline-Styles, wir müssen nicht mit die H1 nehmen, weil das die größte Überschrift ist und wir an der Stelle eine große Überschrift brauchen, sondern wir können das ganz schön trennen. Und das Dritte, was ganz wichtig ist und vielleicht das wichtigste Learning aus Designperspektive, nur weil man Sachen machen kann, heißt das nicht, dass man sie machen soll, weil genau sonst passiert sowas und das ist einfach nicht gut. Kann man schon so machen, aber sollte man besser lassen. Jetzt haben wir also 2019, Internet kann, also wir können theoretisch machen, wo wir Lust drauf haben, rein gestalterisch, technisch sowieso. Und trotzdem stehen wir vor dem Problem, dass man immer wieder Sätze hört a la Webdesign ist tot, jede Website sieht gleich aus oder mein Lieblingsbacker benutzt jetzt auch Jimdo für seine Website. Und man so ein bisschen das Gefühl hat, hey, wir haben zwar alle Möglichkeiten, aber im Web fehlt irgendwie die Kreativität, das ist ja oft, dass man hört, Webdesigner sind nicht kreativ. Und Bebebe ist sowieso alles doof. Das heißt, wir haben uns als die Guten und die zwei Bösen gegenüber, das sind zum einen generische Designs oder Designansätze und Webbaukästen und sowieso künstliche Intelligenz wird den Designer irgendwann ersetzen. Das ist alles doof. Mit diesen, wir haben, ich würde sagen Mythen, aber mit den Vorsätzen möchte ich mal ein bisschen aufräumen und mich dafür auf die ersten beiden Sätze erstmal konzentrieren. Das eine ist, Webdesign ist tot, das zweite ist, jede Website sieht gleich aus. Wie ihr den wunderbaren kleinen Untertiteln entnehmen könnt, denke ich, dass das Quatsch ist. Also Webdesign ist tot, das finde ich absolut übertrieben. Dafür haben wir alle viel zu viel Arbeit. Und Leute, die rummeckern, dass jede Website gleich aussieht. Ich habe noch keinen gehört, der zu mir gekommen ist, meinte, boah, die Website sieht so gleich aus, ich habe keine Ahnung, wo die Navigation ist. Also die können die Seite benutzen und am Ende des Tages ist das schon ein bisschen das, was zählt. Aber trotzdem halten wir fest, es scheint an Kreativität zu viel und deswegen habe ich mal so ein atypisches Webdesign kurz für euch zusammengebastelt. Wir haben ein großes Header-Bild, links ein Bild, rechts ein Content, rechts ein Bild, links ein Content. Ich glaube, das haben wir alle x-fach gesehen oder es gibt auch, dass hier so drei Bildchen untereinander sind, so drei kleine Icons und dann ein kurzer Text dazu. Das gibt es, das sollte jedem bekannt sein, aber die Frage ist ja, also da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und dass es eine Vielzahl an generischen Designs gibt, sondern die Frage, womit wir uns beschäftigen sollten, ist ja viel eher, warum sich so viele Seiten so ähneln. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Wir werden ja nicht zufällig alle genau dieselbe Idee haben oder nur abkupfern, weil wir denken, boah, was der andere gemacht hat, das sieht aber super geil aus. Deswegen habe ich mir mal die Definition von dem wunderbaren World Wide Web angeschaut und das ist laut Google, danke Google, ein weltweites Informationssystem im Internet. Informationssystem gibt ja schon mal her, dass die Leute im Zweifelsfall, also die auf Webseiten irgendwas suchen, ganz bestimmten Content. Das ist nicht vergleichbar mit einem Buch oder so, wo man halt sagt, ich lese das von Anfang bis Ende durch. Ich glaube, das habe ich bisher bei keiner Website gemacht und werde ich, denke ich, auch nie tun, weil ich meist was Bestimmtes suche. Es dient halt einfach dazu, Informationen einzuholen und sich ein Bild zu machen von Dingen, wort auch immer. Und im Normalfall sollte dann der User, ich spreche jetzt hier gerne vom Menschen statt vom User, hat einen Suchprozess und sucht einen bestimmten Content. So soll es im besten Fall aussehen und im besten Fall funktioniert dieser Suchprozess möglichst einfach. Also er geht nicht irgendwie siebenmal zurück, viermal nach links und rechts, weil er einfach nicht findet, was er braucht oder was er in dem Moment sucht. Weil wenn er nicht findet, was er sucht, ist er frustriert, geht von der Seite, blöd. Dann sind wir den los. Der kommt auch so schnell nicht mehr wieder. Und genau, dieser Prozess ist halt in diesen ganzen generischen Webdesigns ganz bewusst auf Effizienz getrimmt. Dadurch, dass wir alles, was generisch ist, das kennen wir, das haben wir in vielfacher Form gelernt. Das beste Beispiel dafür ist zum Beispiel das Hamburger Icon, was prinzipiell total nix sagend ist. Also es sind drei Striche. Hätten wir nicht x-mal auf so ein Icon geklickt und gemerkt, hey, da fährt irgendwie ein Off-Canvas-Menü oder sonst was raus, dann wüssten wir nicht, dass sich dahinter die Navigation verbirgt. Das müssen wir gelernt haben. Und genauso ist es mit diesen ganzen Designs, die scheinbar gleich aussehen. Das sind Strukturen, die haben wir gelernt. Die machen es super einfach, Informationen aufzunehmen, Informationen zu finden und einfach eine Seite zu scannen, weil wir scannen ja Seiten. Und das geht oftmals, wenn man sich so Heatmaps anschaut, ist das ganz oft in so einem F, also von links nach rechts oben. Dann wird noch eine zweite Steile komplett durchgescannen und ab dann ist es eigentlich eher, dass der Blick nach links auf der Seite geht, weil wir halt auch von links nach rechts lesen. Das ist irgendwie auch logisch. Und auf der anderen Seite, wir haben natürlich den Faktor User, für den wir designen, aber es gibt ja immer noch den Faktor Designer, das sind dann wir, die wir dafür verantwortlich sind, wie das Ganze am Ende aussieht. Und das sieht dann wahrscheinlich so aus, wir haben den Designer oder die Designerin, wir haben einen Designprozess, am Ende des Tages wollen wir Geld. Wir machen das ja nicht aus Spaß an der Freude oder nicht nur, sondern damit der Bäcker sich die Seite mit Jimdo machen kann, braucht er auch Geld und wir müssen Brot kaufen. Das sieht zwar in den meisten Fällen eher so aus, aber prinzipiell wollen wir ja dahin. Und damit das eben so aussieht und nicht so, vertrauen wir auf unsere kleinen Helferchen. Das ist zum einen irgendwie Tools, die uns unterstützen, aber wir greifen auch, bewusst oder unbewusst oder wie auch immer, eben wieder, immer wieder auf diese generischen Lösungen zurück, weil die effizient sind. Wir wissen, die funktionieren, wir müssen uns keinen riesen Kopf darum machen, wie ich jetzt ein Hamburger Icon zum Beispiel gestalte. Das ist jetzt nichts, was ein Großhexenwerk ist, das kriegen wir auf die Kette. Das sind dann immer nur Nuancen, die wir verändern, aber das spart uns eine Menge Zeit im Arbeitsalltag. Und das ist auch verdammt legitim. Also wir wissen, dass die Seiten am Ende robust sind, jeder wird da irgendwie die Informationen finden, die er sucht. Wir können mehr Aufträge machen oder mehr Designs abliefern. Inwieweit uns das am Ende des Tages emotional glücklich macht, immer dasselbe zu machen, sei mal dahingestellt. Aber es ist verdammt effizient und unsere Gesellschaft ist so ein Stück weit auf Effizienz getrimmt, weswegen ich diesen Ansatz absolut legitim finde und man den auch gar nicht komplett auf links drehen muss. Aber ich glaube daher, dem müssen wir uns halt bewusst sein, dass wir nicht unkreativ sind, sondern einfach uns zum Teil die Zeit fehlt, uns so intensiv mit Dingen zu beschäftigen, dass wir vielleicht andere Lösungen entwickeln könnten. Genau. Und viele von euch, die schon mal Vorträge von mir gesehen haben, kennen bestimmt diese Pyramide. Das ist meine Interpretation der Maslow'schen Bedürfnispyramide für Webseiten. Maslow, falls denn jemand nicht kennt, das war ein Psychologe, der hat quasi eine Bedürfnispyramide aufgestellt, dass wir Menschen erstmal darauf bedacht sind, irgendwie Essen und Nahrung zu kriegen. Dann, wenn wir die Grundbedürfnisse abgedeckt haben, sowas wie soziale Kontakte. Und ganz oben an der Spitze der Bedürfnispyramide steht halt Selbstverwirklichung, dass wir irgendwas machen wollen, was uns wirklich erfüllt, wo wir Spaß dran haben. Und ich finde, für Webseiten kann man das so ganz gut umdrehen, dass man sagt, im ersten Moment muss eine Seite funktionsfähig sein. Ist die Seite nicht funktionsfähig, kann ich sie nicht bedienen, dann hat sie auch einfach keinen Sinn im Ende des Tages. Dann muss sie vertrauenswürdig sein, wenn ich auf eine Seite gehe und mir denke, ich habe keine Ahnung, das sieht ein bisschen zwielichtig aus. Ich vertraue der ganzen Suppe nicht, dann werde ich im Normalfall den Service dahinter auch nicht für irgendwas rekrutieren. Das mache ich einfach nicht. Dann im nächsten Schritt soll es eine möglichst gute Usability haben. Das heißt, Sachen sollten einfach zu bedienen sein. Ich finde, was ich brauche. Genau, muss ich euch nicht viel zu erzählen. Und dann im letzten Schritt sollte sie begeisternd sein, dass man sich auch drei Tage später noch daran erinnern kann und denkt, das war irgendwie geil, das hat Spaß gemacht. So, und die ersten drei Stufen davon, das ist so die Basis. Das müssen wir erreichen, wenn wir eine Website beim Kunden abliefern, wenn wir nicht mal die drei Dinge hinbekommen, dann haben wir unseren Job auf jeden Fall nicht mal in der, das ist wie wenn ich eine Straße baue und vergesse, die Linien zu zeichnen für die Autos. Ja, weil Autobahn ist auch unglücklich. Ja, Rom auch, in Deutschland so sehen wir. Aber da, wo es spannend wird, das ist ja eigentlich der obere Teil. Und ich glaube, wenn wir als Designer, weil, wie Alex eben meinte, Tools à la Webbaukästen, die werden ja nicht schlechter, die werden ja besser. Und die haben ihre Daseinsberechtigung und wir müssen uns damit abfinden und die überhaupt nicht als Gefahr sehen am Ende des Tages. Dazu komme ich aber später. Aber wenn wir halt irgendwie, wir wollen ja weiter Geld verdienen, wenn wir sagen, also entweder bauen wir sehr viele Seiten mit Jimdo, ob uns das dann wieder mit Freude erfüllt, sei auch dahingestellt. Aber wenn ich mir überlege, dass ich jetzt irgendwie wahrscheinlich noch so rund 40 Jahre Arbeitsleben vor mir habe, dann möchte ich schon Sachen machen, wo ich auch dahinter stehe und denke, ja, das ist gut. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dieses Begeisternde, das Besondere etwas in eine Website reinzukriegen. Oder in was auch immer wir gerade designen. Also das ist jetzt nicht nur auf Webdesign bezogen, sondern das allgemeine Webdesign ist am Ende des Tages ja auch nur ein Produktdesign, weil wir ja irgendwas produzieren. Und ich denke, das ist relativ allgemeingültig. Genau, und in Folge möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, wie man das versuchen kann hinzubekommen. Ich habe dafür jetzt auch nicht die Allgemeinlösung, die auf jeden Fall funktioniert, aber vielleicht so ein paar Ansätze, wo man mal drüber nachdenken kann. Einfach um dieses Konstrukt, in dem man designt, so ein bisschen aufzubrechen. Weil wenn man immer dasselbe macht, dann kommt, also vom Prozess her, dann wird wahrscheinlich auch etwas sehr Ähnliches am Ende dabei rausfallen. Und daher rühren meiner Meinung nach diese vielen sich ähnelnden Webseiten. Genau. Und das kennen wahrscheinlich auch viele von euch, diese wunderbare, dieses Dreieck aus gut, günstig und schnell. Such dir zwei aus, lieber Kunde, alles kannst du nicht haben. Ähm, wenn man jetzt sieht, gut, günstig und langsam ist das für uns relativ uninteressant, weil wir wollen nicht günstig sein, weil wir müssen Geld verdienen. Das funktioniert nicht. Dann das Zweite, was jetzt nicht ganz so praktisch für uns ist, ist günstig und schnell, weil dann sind wir schlecht. Das wollen wir auch nicht, wir wollen ja gute Arbeit abliefern und keine schlechte. Zumindest sollte das der Fall sein. Das heißt, da, wo für uns spannend wird, ist, wir müssen gut sein, schnell und am besten teuer. Weil dann verdienen wir in weniger Zeit viel Geld. Da wird es cool. Ähm, weswegen das eigentlich der Teil ist, auf den ich mich so ein bisschen konzentrieren möchte. Das heißt, zum einen müssen wir qualitativ bessere Arbeit abliefern und zum anderen müssen wir schneller werden. Damit wir schneller werden, ist das Erste, was quasi unsere Pflicht als Designer ist, um generische Designs aufzulösen, ist, dass wir unseren Workflow optimieren und uns im Zweifelsfall spezialisieren. Wir sollten stetig hinterfragen, wie wir arbeiten, ob das der, also einfach vom Ablauf her, vom Prozess her, ähm, sollten das ständig hinterfragen und auch zum Beispiel unsere Tools hinterfragen. Ist es wirklich zeitgemäß, in 2019 noch mit Photoshop Webseiten zu bauen? Kann ich, ich habe jetzt keine Lösung zu, aber mir fallen schon ein paar andere Tools ein, die wahrscheinlich irgendwie ein bisschen intelligenter dafür designt sind. Ähm, halt einfach nur, weil man, also nicht krampfhaft an Dingen festhalten, sondern bewusst offen auf neue Dinge zugehen, weil ich glaube, wenn man dieses, sich so ein bisschen vor der Zukunft verschließt, dann hat man es ganz schnell, dadurch, dass alles so schnell geht und dadurch, dass man so viel technische Innovation hat, ähm, und dadurch, dass das Web so eine schnelllebige Materie ist, wenn man überlegt, vor 30 Jahren konnten wir schwarze Schrift auf weißem Bildschirm zeigen, in einer schönen Serifenschrift, äh, zwischen können wir ja fast alles, dann ist halt der Zug irgendwie relativ schnell abgefahren. Man muss schauen, dass man am, am Ball bleibt, ähm, und dann das Zweite ist, wenn man im Designprozess irgendwas gestaltet, dann merkt man ja irgendwann dann auch, wenn man wieder in diese Standardlösung fällt. Das passiert einfach, das kann man nicht ausschließen, weil man weiß, das funktioniert, das macht man einfach gerne, ähm, und das ist auch gewohnt, und wir sind ja halt Gewohnheitstiere, ähm, sich mal ganz bewusst irgendwie zehn Minuten da hinzusetzen, Viertelstunde oder so, ähm, und zu, einfach ganz bewusst nur über diese Problemstellung nachzudenken und zu überlegen, gibt es nicht vielleicht eine bessere Lösung, nur für das, genau das Problem, was ich da jetzt habe und nicht automatisch die, die schnellste und einfachste Lösung zu gehen. Das mag ein bisschen unangenehm sein und ist vielleicht auch nicht der effizienteste Weg, aber ich glaube, am Ende kommen bessere Produkte bei raus, wenn man sich einfach, man kann sich ganz bewusst für generische Lösungen entscheiden, wenn es eine bewusste Entscheidung war, aber wichtig ist, dass man es halt bewusst macht und nicht einfach macht, weil das ist jetzt so quasi aus meiner Hand entsprungen. Ähm, und was man auch gut machen kann, ist, dass man jetzt, nicht versuchen muss, ein komplettes Layout auf Links zu drehen, sondern oft reicht es, wenn man irgendwie eine Kleinigkeit nimmt, ähm, und die ein bisschen anpasst. Und dann das aber konsequent durch die Seite durch. Ähm, ein Beispiel dafür ist beim Smashing Magazine bei der Website, die haben es zum Beispiel, dass bei denen relativ viele Inhalte um zwölf Grad geneigt sind, weil deren Logo ist auch um zwölf Grad geneigt. Das ist so eine Kleinigkeit, aber das fällt halt auf und das bleibt dann im Endeffekt in Erinnerung. Ähm, und das führt alles zu dem Punkt, den ich glaube, der für uns in Zukunft allgemein als Designer am wichtigsten ist, dass wir es schaffen müssen, den Produkten, die wir designen, äh, es schaffen, denen Persönlichkeit und Emotionen mit auf den Weg zu geben. Weil alles andere, diese ersten drei Ebenen aller Funktionalität, vertrauenswürdig und gute Usability, die sind relativ technisch getrieben, sage ich mal. Also, das ist jetzt nichts, was irgendwie einen großen menschlichen Faktor hat. Wenn man das Ganze mal ein paar Jahre weiterspinnt und überlegt, dass es ja sowas wie künstliche Intelligenz geben wird, die werden diese Standardgeschichten easy abbilden können. Also, das ist kein Hexenwerk. Ähm, weswegen ich glaube, dass das quasi der Weg ist, wo es für uns hingeben muss. Wir müssen es schaffen, irgendwie Witz, Humor, irgendwas Süßes oder so, keine Ahnung, irgendwas in eine Website reinzubringen, was einen menschlichen Faktor hat. Und da quasi Emotionen zu gestalten, uns bewusst auf das zu konzentrieren, was uns von der Maschine unterscheidet und nicht auf das zu konzentrieren, was uns irgendwie, wo wir ersetzt werden könnten. Ähm, in der Praxis habe ich dazu ein paar wenige Tipps. Ähm, in dem Vortrag war ja sowas, da stand ja mit Trends und so, das wird jetzt alles so ein bisschen aufgegriffen in der Vortragsbeschreibung. Ähm, das Erste, was ich glaube, was ganz wichtig ist in Zukunft, ist die Tonalität, mit der wir Menschen auf unserer Website ansprechen. Ich glaube, wir müssen ein bisschen von dem Gedanken weggehen, zu sagen, wir gestalten für User, sondern wir gestalten für Menschen. Also, sich das mal bewusst auf den Weg zu geben. Ähm, dass wir mehr Zeit in gute Texte investieren, generische Phrasen hinterfragen, a la hier mehr lesen, mehr erfahren oder Newsletter abonnieren. Vielleicht kann man da auch einfach Sachen schreiben, die ein bisschen netter sind und persönlicher. Ähm, ganz wichtig dabei ist halt, wenn man diese persönliche Note reinbringt, das muss in irgendeiner Form glaubwürdig bleiben. Ähm, und zur Zielgruppe passen. Also, es bringt jetzt irgendwie nichts, wenn ich auf der Banken-Webseite mit, äh, ja, also mit, ich sag mal, Slang um mich werfe oder mit so Jugendsprache. Da gehst du halt auf die Webseite und denkst dir so, hier bin ich falsch, also tut mir leid, das passt nicht zusammen. Äh, und wenn Sachen unglaubwürdig sind, dann distanzieren wir uns auch relativ gerne und schnell von sowas. Deswegen glaube ich, dass Design mehr Rhetorik wird. Dann das Zweite, was glaube ich sehr wichtig ist und wo wir immer mehr Zeit drin verbringen müssen, es sind so kleine Details und auch Sachen zu machen, die uns im Zweifelsfall vielleicht nicht im tiefsten sinnvoll erscheinen. Damit meine ich irgendwie so kleine Minigames in die Website implementieren oder einfach so kleine Gimmicks. Die müssen inhaltlich überhaupt keinen Mehrwert mitbringen, aber da erinnert man sich dran. Und wenn man dann irgendwie, weißt du, hier noch die Seite, wo, keine Ahnung, der Hase, wo du dieses Minispiel mit dem Hasen hattest, so, ist halt witzig. Also dann, da denkt man dann gerne dran. Und das, was halt auch einer der Trends ist, ist Mikro-Interactions. Ähm, das sind zum Beispielsweise, man schmeißt, man geht, ist auf Amazon oder ist auf irgendeinem Online-Händler XY, schmeißt was in den Warenkorb, dass man so eine kleine Animation um am Warenkorb hat, wo dann ein Produkt da reingeworfen wird. Und der Warenkorb lustert sich kurz auf und wird wieder kleiner. Ähm, die können einfach Spaß machen auf der einen Seite und machen das Ganze irgendwie ein bisschen runder und lebendiger. Und auf der anderen Seite, beispielsweise so eine Warenkorb-Animation, kann auch die Usability verbessern, indem man nämlich sieht, da bewegt sich was, da ist was in den Warenkorb gekommen. Ist ganz praktisch, dadurch, dass wir evolutionär auf Bewegungen getrimmt sind, weil der Säbelzahntiger ja um die Ecke kommen könnte und uns töten, müssen die Animationen nicht sonderlich groß sein, damit sie auffallen. Das sehen wir mit unserem peripheren Wahrnehmungssinn. Und dann, das hatte ich eben schon gesagt, ein Merkmal reicht. Ähm, das können zum Beispiel Custom-Illustrationen sein. Also, dass man ganz bewusst nicht auf iStock geht und gibt irgendwie ein Illustration-Tag, keine Ahnung, sondern man schaut, gibt es nicht vielleicht einen guten Illustrator bei mir um die Ecke, mit dem ich zusammenarbeiten könnte. Ähm, das hat eine Qualität, wenn das, das sieht man auch, wenn das dann ganz genau nur für den Use-Case gemacht wurde. Ähm, und das bringt einen ganz eigenen Style mit sich. Dann kann der Rest der Seite zum Beispiel komplett basic sein, weil die Illustrationen an sich schon so einen Alleinstellungsfaktor haben, dass das reicht, um sich ein bisschen abzuheben von der Masse. Ähm, wenn man dann weiterspielt, man kann das Ganze, das ist ja jetzt auch einer der Trends, viel mit SVG machen, wenn das illustriert ist als Vektor, kann man mit SVG-Animationen sogar noch eine Scheibe draufschmeißen. Ähm, man kann außergewöhnliche Farbschema, Ta, Schema, Schema, was auch immer, Schema verwenden. Ähm, da ist ganz klar, äh, muss man schauen, ob das passt, weil, also eigenwillige Farbschemen oft auch relativ extreme sind, weil den Rest hat man schon gesehen. Dafür gibt es halt wenig Use-Case, aber man kann drüber nachdenken. Ähm, sonst Transformationen, dass man, man hat das aktuell viel, dass man so Bild-Transformations hat, wenn man drüber geht, dass die sich irgendwie upscalen oder, äh, mit WebGL als 3D-Munch, also als API kann man da auch irgendwie so, dass das wie so Wasser aussieht oder so ein Kram, das kann zum Beispiel auch gut passen. Ähm, genau, und das Letzte ist Typografie. Wir haben im Web wunderbare Möglichkeiten inzwischen mit Typografie Dinge zu tun, also typografisch uns auszutoben. Das wird immer mehr, ich weiß nicht, wer von euch schon mal von Variable Fonts gehört hat, ich hoffe viele. Das, äh, ist ein neuer Schriftstandard, wenn man so will, ähm, der es einem halt ermöglicht, dass man nicht mehr, man hat dann nicht mehr seinen Schriftschnitt Regular und Semi-Bolt und Bold und Black und Light oder was auch immer, sondern man hat eine Schriftdatei und kann die flexibel verändern, wie man es möchte. Also es gibt dann auch diese ganzen Zwischenstärken beispielsweise, äh, man kann die Laufweite flexibel verändern, man kann die X-Höhe, also die Höhe der, der kleinen Buchstaben und der Versalien auch, kann man verändern, wie man möchte. Und aktuell ist die Browser-Unterstützung dafür dezent, aber das wird besser. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es aus Performance-Gründen auch ganz geil, weil man hat nur noch eine Datei, die man laden muss und nicht mehr sieben Schnitte oder sowas. Ähm, aber damit hat man auch allgemein mit Typografie, hat man im Web, man hat irgendwie Letter-Spacing und so ein Kram, man kann damit machen, was man will und das sieht man auch immer mehr, Web-Layouts, die einfach auf Typografie als, also die das nicht als Informationsträger-Schrift verwenden, sondern die Schrift als Ästhetik oder als ästhetisches Merkmal der Website. Ähm, und ich denke, da kann man auch sehr viel rausholen und vor allen Dingen mit Variable-Fonts wichtig ist dabei, man ersetzt halt keinen Schriftdesigner so schnell, äh, weswegen man da aufpassen muss, wie man damit rumspielt. Und ein letzter Ansatz, den ich, ist Go Extreme, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, ich hoffe nicht, ähm, dass man im Design-Prozess ganz bewusst nicht Lösung A und Lösung B wählt, wo man dann irgendwie einmal eine Fläche blau hat und einmal rot, sondern mit seinen Design-Entscheidungen bewusst ins Extreme geht. In den seltensten Fällen ist dann irgendwie Lösung Z, wo ich auf die Fresse und alles ist verzerrt oder so ein Kram, ist dann die Lösung, die ich am Ende online stelle oder die ich dem Kunden rüberwerfen müsste. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz ähnlich. Es ist im Endeffekt ein Experiment und ich glaube, dass Experimente halt eine Qualität haben. Aus diesem Extrem kann man meistens auf jeden Fall irgendwas mitnehmen, wo man denkt, ja, das könnte ich gebrauchen fürs eigentliche Design. Ähm, und ich glaube, dass wenn man die vier Punkte beachtet und sich ganz bewusst damit auseinandersetzt, Persönlichkeit zu schaffen und Emotionen zu kreieren und nicht eine möglichst effiziente, reibungslose, ja, kein Webdesign zu gestalten, was so aalglatt ist, ich glaube, dann fallen da bessere Produkte raus, an die sich die Benutzer mehr erinnern. Äh, und angesichts der schier unfassbar großen Konkurrenzen, der sich ziemlich alle Produkte weltweit bewegen, ist das vielleicht gar nichts Schlechtes. Ähm, genau. Deswegen denke ich, dass da nicht nur der Webdesign-Trend bewegen wird, sondern allgemein der Design-Trend. Das sieht man zum Beispiel auch bei Büchern. Es gibt immer, also bei Magazinen vor allen Dingen, Magazine werden immer mehr, die Industrie ist ein bisschen weiter, werden immer weniger als Informationsträger genutzt, sondern vielmehr auch, es ist schon fast so ein Lifestyle-Produkt. Man sieht immer mehr Magazine, die irgendwie mit aufwendigen Druckveredelungen daherkommen. Oder bei Büchern sieht man das auch immer mehr. Einfach, weil es ein Gefühl sein soll, dieses Magazin in der Hand zu haben oder dieses Buch in der Hand zu haben. Man kann da drüber streichen, das ist irgendwie, da ist nicht die Information das Primäre, was wir aus den Büchern mitnehmen, sondern es ist einfach schön, so ein Ding im Regal stehen zu haben, abends auf der Couch zu liegen, zu denken, jo, fein. Wie man das am Ende macht, ist schlussendlich egal, aber ich denke, darauf müssen wir uns konzentrieren, wenn wir gutes Design machen wollen. Dann das zweite, oder der zweite Aspekt der wunderbaren Zitate ist, mein Lieblingsbacker benutzt jetzt auch Jim Luehr. Sagt Tim28 und der mag Brot. Wenn man jetzt weiterspinnt und denkt, dass es sowas wie künstliche Intelligenz gibt, die Pöse-Pöse, dann ist es in 10 Jahren oder 15 Jahren, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass es sowas gibt wie, ich gehe auf Webbaukasten XY, sage, ich bin Bäcker aus Köln, mich gibt es seit 1900, schlag mich tot, mache mir eine Website, dann schmeißt mir der automatisch irgendwie noch, sucht mir Bilder raus, schmeißt mir Texte da rein, klasse, ein Klick, Website. Muss quasi gar nichts mehr selber machen. Dann sind wir ja quasi arbeitslos, ist halt blöd, weswegen wir halt, wie gesagt, den geilen Scheiß machen müssen. Weil, schauen wir uns das Folge nochmal an, den Kram können Webbaukästen schon. Und ich glaube, das ist nämlich das Schöne an diesem begeisternden Ding, dadurch, dass das menschliche Dinge sind und irgendein kluger Fuchs, von dem ich den Lahm leider nicht mehr weiß, hat mal gesagt, Glück ist kein Algorithmus. Und ich glaube halt, dass man diese grundmenschlichen Aspekte wie Liebe, Humor, Zuneigung, Empathie, das sind Sachen, die kann man versuchen, mit Algorithmen zu simulieren, aber es bleibt halt eine Simulation. Und dieses letzte Feingefühl wird man, glaube ich, mit Maschinen oder auch den Zeitgeist in dem Moment aufzugreifen, wird man mit Maschinen nicht in der Form simulieren können, wie das es wirklich super glaubwürdig bleibt. Ich glaube, da wird immer noch eine letzte Qualität in dem bleiben, also wenn etwas von Hand gemacht ist oder wenn da jemand sich wirklich Gedanken drüber gemacht hat. Weswegen es immer diesen menschlichen Feinschliff brauchen würde. Und wenn wir jetzt anfangen, uns in die Richtung zu bewegen und entsprechend zu positionieren und bewusst mit den Thematiken auseinandersetzen, dann haben wir einen verdammt guten Vorsprung. Und dann haben wir auch in 20 Jahren wahrscheinlich noch Arbeit oder in 25. Man muss sich nur im Klaren sein, dass dieser Kleinstmarkt von Webseiten, also dieses Ich mache die Image-Website für meinen Backer, dem ist das im Endeffekt scheißegal. Der macht das nur, weil er eine Webvisitenkarte haben will. Der Markt wird wegbrechen. Das ist auch völlig okay. Weil das sind Kleinstprojekte, damit verdient man am Ende des Tages eh jetzt kein Riesengeld, sondern ich denke, der Trend wird eher dazu hingehen, dass man größere Projekte hat mit größerem Projektumfang. Und dann ist das Gute, wenn man nämlich wieder sich die Pyramide vorstellt mit Wir müssen schnell und gut sein, dass wir, wenn die Projekte größer sind, dann müssen wir gar nicht so genau sagen, wie lange wir für was gebraucht haben. Da fällt das auch nicht auf, wenn das mal vier Stunden mehr sind, die wir aufschreiben. Aber dann, das passt einfach besser ins Projektvolumen rein. Und das zweite, was wichtig ist, Webbaukästen sind ein Tool und kein Handwerk. Wenn mir jetzt einer irgendwie in fünf Jahren einen Webbaukasten zeigt, mit dem ich es schaffe, irgendwie meine Website tausendmal schneller zu bauen als mit Sketch.xd und mir das anschließend in HTML, Joomla, whatever-Template umzubasteln, dann ist das so, dann ist das ja gut, dann habe ich mehr Zeit, mich eben mit den eigentlichen Designentscheidungen zu beschäftigen. Wenn es das effizientere Arbeiten ist, okay, aber Design ist halt ein Handwerk. Also so Dinge, Design lernt man. Also es ist halt nicht grundlos so, dass es so etwas wie ein Kommunikationsdesignstudium gibt. Das ist jetzt nichts. Designer, der fällt nicht vom Himmel. So Sachen wie Typografie, also typografische Grundsätze, Formen, Farblehre, so ein Kram, das ist halt einfach Handwerk. Das ist im Endeffekt vergleichbar mit Schreinern oder sowas. Tools haben sich schon immer geändert, werden sich auch immer ändern. Bestes Beispiel ist da zum Beispiel Photoshop, was hoffentlich nicht mehr allzu viele benutzen, sondern inzwischen auf andere Tools umgestiegen sind. Und dass es technische Innovationen gibt, ist ja vor allem im Web jetzt nichts Neues. Also damit muss man klarkommen. Dann, das hatte ich schon gesagt, Menschlichkeit ist kein Algorithmus und wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns unterscheidet, sind wir, denke ich, auf einem sehr guten Weg. Deswegen die Learnings der Gegenwart ist zum einen Fokus auf Details, Emotionen und Persönlichkeit. Gewohntes Hinterfragen und auf die Qualität hin überprüfen, das gilt sowohl im Designprozess selber als auch eben im Workflow, im Miteinander und keine Angst vor Artificial Intelligence und Automatisierung, die nehmen uns im Normalfall nämlich die Arbeit weg, auf die wir langfristig eh keinen Bock haben, weil es immer dasselbe ist. Genau. Und das Letzte, was vielleicht das Allerwichtigste ist, ist Webdesign ist kein Grafikdesign. Das ist, glaube ich, so ein Trugschluss, den manche noch mit sich rumschleppen. Wir designen ja nicht ausschließlich diese zweidimensionale Oberfläche, die wir da aktuell auf unseren Monitoren begutachten können, sondern Webdesign ist viel mehr. Das ist, ich bin kein Freund von diesen ganzen Labels, aber man hat UX da drin, wo man, wie kommt der User überhaupt auf die Seite, was passiert, wenn er von der Seite runtergekommen ist. Es ist viel mehr Rhetorik, als man denkt und viel mehr Texten gehört für mich auch zum Webdesign dazu. Das ist jetzt nichts, was ausschließlich auf den Text da, also das gehört zum Design dazu. Man muss halt irgendwie, glaube ich, in Zukunft schauen, dass man sich spezialisiert und bewusst in, also ich glaube, der Freelancer, der seinem eigenen zusammen an seinem Schreibtisch sitzt und keinen Bock hat, mit anderen zusammenzuarbeiten, der wird in Zukunft sterben. Dadurch, dass die Kleinstprojekte wegfallen, der wird gar nicht dazu in der Lage sein, die Größeren abzubilden. Deswegen müssen wir uns, wie Alex auch meinte, irgendwie zusammenfinden, uns auf das spezialisieren, was wir gut können und daraus halt Produkte bauen, die was können. Und was ich vor allen Dingen glaube, dass wir in der klassischen Markenführung oder im Marketing uns viel abkönnen, auch für normales Webdesign, weil da halt viel bewusster auf diese Thematik, Emotionen und einer Marke eine Persönlichkeit verschaffen, angespielt wird. Da ist das ein viel größeres Thema, weil da dieses technische, hey, die Seite, das muss gut benutzbar sein, interessiert beim Plakat keinen, sag ich mal, sowas in der Richtung. Genau. Und dann habe ich noch meine Glaskugel mitgebracht, um ein bisschen in die Zukunft zu schauen, weil das war ja auch Teil des Vortrags und ich hatte jetzt keine Zeit mehr dafür, riesen Slides zu machen. Aber ich denke, wohin die Reise führen wird, ist, wie ich schon gesagt habe, deutlich mehr Rhetorik. Das ist zum einen in Form von Conversional User Interfaces, das ist sowas wie Alexa oder wie das Ding von Google auch immer heißt. Dadurch, dass da die Abstraktion, also wenn wir eine Website bedienen mit einem Mauszeiger, da haben wir immer eine Abstraktion. Also das müssen wir lernen, wie funktioniert eine Website. Wir hätten das Internet nie gekannt und uns setzt einer vor den Rechner mit einer Website. Wir wären so, ja, cool, kann ich aber halt nichts mitmachen. Sprache hingegen lernen wir von Anfang an. Das ist das Erste, mit dem wir konfrontiert werden. Wir wissen irgendwann, wie man redet, wie man damit irgendwie ausdrückt, was man möchte. Das kriegen wir schon ganz gut auf die Kette. Und es ist halt viel einfacher zu sagen, Alexa, mach mal hier, keine Ahnung, spiel mal Musik, als zu deinem Rechner zu gehen oder zu deinem Handy und wie auf Play zu drücken. Das ist halt einfach einfacher. Da müssen wir nichts lernen, weswegen ich glaube, dass sich diese Conversional User Interfaces durchsetzen werden und immer mehr werden. Das zeigen auch aktuelle Statistiken, besonders aus den USA, dass da jetzt innerhalb von, ich glaube, drei Jahren, also die Anzahl der Haushalte, die schon so ein Home Assistant haben, um 16 Prozent gestiegen ist. Also das scheint sich durchzusetzen. Und dann, was ganz wichtig ist, wir müssen lernen, uns als Designer, also den Kram zu verkaufen, der halt geil ist. Und ich glaube, das ist schwer, weil diese letzte Stufe, der vier, das ist halt eigentlich auch die, die teuer ist. Und das müssen wir lernen, zu verkaufen. Wie man das macht, keine Ahnung, ich kann das auch nicht gut, aber kann ich ja nur lernen. Deswegen, also das viel mehr Rhetorik wird, sowohl im Verkauf, als auch in der, in der Gestaltung selber. Und ja, das Ganze bis ins letzte Teil, wir müssen halt lernen, zu verkaufen und den Mehrwert, den wir damit bieten, zu verkaufen und auch schauen, dass wir das Ganze messbarer machen und nicht quasi aus dem Bauch raus anfangen, zu verkaufen, zu sagen, ja, das ist besser, weil, das ist gut, wirklich, glaub mir. also das ist halt kein Argument. Wenn man irgendwie sagt, man möchte wirtschaftlich arbeiten, muss man die Kunden auch mit wirtschaftlichen Argumenten überzeugen. Wenn man denen sagt, ja, dafür, dass ich mich hier jetzt, deine Website sieht anders aus, weil ich hab mich da zehn Tage irgendwie länger mit beschäftigt, weil ich jeden kleinsten, kleinste Designentscheidung zweimal hinterfragt hab, dann kostet jetzt auch 10.000 Euro mehr, Liebchen, aber wenn man dafür irgendwie nachweisen kann, dass man mit derselben Website in den darauffolgenden Jahren 200.000 Euro verdient hat, dann ist das auch okay. Also man muss halt so ein Return of Investment heißt das, versuchen nachzuweisen. Genau, sonst mehr Netzwerke, dahin wird die Reise führen, für Freelancer, die überleben wollen und was ich glaube, was spannend wird, es wird, glaube ich, viel mehr so Hybride aus Gestalter und Entwickler geben, einfach weil in der Designbranche auch viel mehr so, in so einer Branche, der ist generative Gestaltung, wo man halt quasi Code schreibt, einmal einen Algorithmus schreibt und der schmeißt einem immer wieder neue Ergebnisse basierend auf diesem Algorithmus, also grafische Ergebnisse raus, weswegen Designer auch einfach an vielen Stellen ja, Code-affiner werden und Technik-affiner, weswegen ich glaube, dass ich diese klassische Trennung mit man hat den Designer und den, der es umsetzt, das wird sich auflösen und das viel mehr verzahnen und ja, daraus ergibt sich aber auch, dass wir nie arbeitslos werden, das ist cool. Deswegen, ich habe jetzt 40 Minuten gequatscht, das reicht, deswegen sage ich danke. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir haben jetzt noch 20 Minuten Zeit für Fragen und ja, danke, 5, auch gut. Nimmst du noch auf?